Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bekomme immer wieder Telefon und Mail über begeisterte Mail von Pizzol. Und natürlich auch so von der Telefon, was dann Lossung am Pizzol, ein Kollege hat mir telefoniert, dass sich irgendetwas passiert. Der Sturm war da und ihr seht es auf der Homepage, da steht jetzt drauf, ab dem 5. Januar wieder Normalbetrieb. Was ist dann im Dritten passiert? Klaus Nussbaumer. Oh, Entschuldigung, was ich sage. Klaus Nussbaumer ist langjährig, wie sagt man, im Direktor, Geschäftsführer. Geschäftsführer der Pizzol-Bahne, sehr ein Umtreibiges, sehr flexibel. Wirklich immer und immer ist er da, parat, wenn irgendetwas läuft. Was ist dann im Dritten genau passiert? Ja, im Dritten war der Wind angeset und deswegen haben wir auch unser Gebiet oberhalb von Furt und Bad Diel geschlossen gehabt. Zesselbahnlaufböden, Gaffepizzolhüte, Verbindungslift, SAC-Lifte haben wir als Ausserbetrieb gehabt, weil es eben viel Wind angeset hatte. Und die Zubringerbahnen und die unteren Sesselbahnen, die nicht so exponiert sind, haben wir in Betrieb gehalten und über den ganzen Vormittag hat sich der Wind sehr mässig verhalten, ist ohne Probleme gegangen. Und wo wir gegen Mittag gesehen haben, dass die Windböe noch zunehmend, haben wir entschieden, dass wir das Gebiet schliessen und im Rahmen vom Schliessen, also wir müssen ja das Gebiet noch entleeren. Also entleeren heisst, im Schei-Gondel nach der anderen Ecke, oder? Entleeren bedeutet eigentlich, dass wir unsere Gäste auch runternehmen, weil am Pizzol kann man ja nicht runterfahren bis ins Tal, sondern man muss dann sich mit der Gondelbahnen fahren. Wir haben ja angefangen an Gondeln, aber auf dem Seil nicht und Gäste runternehmen. Jawohl. Und da haben wir innerhalb von kurzer Zeit überraschend schnell Windböen gehabt, die zwar nicht Spitzen für uns sind, muss man sagen, aber doch derart geblaset haben und Intensität offensichtlich hergebracht haben, dass es Böhm geknickt hat. Ja. Und die Böhm sind aufs Tragseil von der Gondelbahn, von der Beiderzubringerbahnen aufgeteilt. So etwas ist jetzt noch nie passiert und du bist schon lange dort, gell? Ja, ich bin jetzt im 9. Jahr an sich dort und das ist jetzt noch nie passiert und wir hätten eigentlich auch nicht gedacht, dass der Waldbestand da angegriffen wäre, weil wir haben, wie schon gesagt, das ganze Land ist schon bekannt für das Windverhältnis, die hin und wieder doch extrem sind und bisher hätte es dem Waldbestand eigentlich nichts angekappert und jetzt haben wir feststellen müssen, dass halt doch gleich ein paar Böhm den Windintensität oder den Windböen nicht standgekappert. Aber was man klasse, das ist eine höhere Gewalt, gell? Also ich bin ja x-mal da hochgefahren und so. Da ist wahrscheinlich, was ist ein normaler Hörner gemessen? 40 bis 60, so etwas? Ja, bei 40 gibt es eine Windwarnung, bei 60 fangen wir an das Gebiet zu schließen und das haben wir auch gemacht und da sind wir auch dran gewesen und da sind die Windböen gekommen, auf der einen Seite bis zu etwas über 80 und auf der anderen Seite etwas über 130 und das über eine Zeitraum von 15 bis 18 Minuten, wo es sehr intensiv gewesen ist und danach ist es wieder abgeflaut und das hat offensichtlich gelangt, um den Baumbestand eben anzugreifen. Ja, und können wir doch ganz ehrlich sein, das hat man auch gesagt und man es kontrolliert hat, also wir haben jetzt alles natürlich geguckt, dass so Bäume nichts mehr gibt und so, aber hundertprozentig kann man doch das überhaupt gar nie sagen, oder? Nein, ich glaube es… Und wenn wir ehrlich sind, so ein Böhm kann doch immer kommen, also da kannst du 40 gemessen und so ein Böhm kommt, oder? Ja, also wir sind die ganze Zeit eigentlich im Regelbericht gesehen und sind konform gefahren mit den Regeln und haben die richtige Entscheidung getroffen, dass wir gesehen haben, dass wir schliesst ins Gebiet, wo die Böen einen Zug genommen haben und wir haben ja wirklich schon oft Wind am Pizzol gehabt und wir haben schon viel stärkere Wind gehabt und die Böhm haben gehabt und jetzt haben wir feststellen müssen, dass es doch ein paar gibt, die mit Dermwind oder mit der Windintensität einfach gebrochen sind. Wo ist denn passiert zwangs genau, wo? Im unteren Drittel, beides Mal im unteren Drittel, das zeigt auch im oberen Bereich haben wir eigentlich gerne so stark Wind gehabt, sondern nur im unteren Drittel haben wir da die Probleme gehabt und was auch aussergewöhnlich ist, dass es auf beiden Bahnen gewesen ist. Ja, und das eigentlich innerhalb von fünf Minuten, gell? Ziemlich genau hintereinander. Kannst du nicht hintereinander? Wann hast du die Meldung bekommen? Ja, wir haben knapp um 13 Uhr die Meldung gekriegt und kurz nach halb haben wir angefangen, das Skigebiet zu schliessen. Und sehr, sehr schnell, hast du auf dieser Headline-Nummer hier gesehen, hast du das auch informiert, oder? Also sehr, sehr schnell ist das passiert. Dann bist du ins Büro gegangen, was hast du denn genau gemacht? Ja, erstens einmal ist unser technischer Leiter am Berg gewesen, der hat die Situation den ganzen Vormittag beobachtet und da haben wir eben nichts Aussergewöhnliches festgestellt und wir haben eigentlich schon gedacht, Gott sei Dank, der Sturm süd-nördlich an uns vorbei. So wie es dann ursprünglich auch mal angesehen war, ist, dass die Hauptwindkraft eigentlich weiter nördlich geht. Wir sind jetzt besser und belehrt worden, dass der Wind einfach nicht zum Einschätzen ist und unser technischer Leiter hat immer den richtigen Schigebiet zum Schliessen und wir haben ein super Team, die gleich geschaltet haben. Wir haben sofort die Rettungskolonnen, die Alpinpolizei auf Boote, um eben die Berge einzuleiten, weil wenn ein Böhm auf dem Seil liegt, dann kann man nicht einfach miterfahren, das geht halt nicht, sondern man muss schauen, dass man Gäste runterbringt und das war auch für uns der Fokus, dass wir gesehen haben, Gäste müssen wir zuerst in sicherer Boden bringen und dann widmen wir uns den Bahnen. Ihr habt auch alles im Griff, ich hoffe, dass du gesagt hast, 25 sind es, 12 und 13. Genau, korrekt. Da haben wir genau gewusst, wer da oben ist. Ja, das haben wir natürlich nicht genau gewusst zu dem Zeitpunkt, aber wir sind immer vorne zu Gondel, von Gondel zu Gondel, haben kontrolliert, wo sind die Leute drin, wo müssen wir… Wir sind von Gondel zu Gondel. Ja, wir sind die Bahnen abgefahren natürlich und haben geschaut, wo ist wer drin, dass wir feststellen… Ab zu Fuhren oder am Tragseil? Genau, von oberhalb ab natürlich, glaubt man. Auf der Wagensseite ist das wesentlich einfacher gegangen, weil vom Gelände her ist es einfacher. Auf der Bad Ragazenseite haben wir natürlich etwas länger gebraucht, diesbezüglich, und haben dort auch Unterstützung gesucht, von unterhalb her, weil dort haben wir doch Felsabsätze drin. Genau, und dann auch hoch, ja. Und wie haben die Leute nachher rausgeholt, dass es dann geheißen, dass Helikopter nicht fliegen können? Ja, die Helikopterstandorte waren auch vom Wind betroffen und konnten nicht fliegen, können, die sind auch erst ganz relativ am Schluss eigentlich vom Einsatz dann zum Träger gekommen und da haben wir dann einfach nochmal schneller reagieren können, um die letzten drei Personen aus der Gondel zu holen. Das war dann so etwa um Fünfe? Nein, schon um vier, halb fünf. Ah, schon um vier, ja. Dann war es noch viel länger drauf, als noch die Sonneni Passagier reinsehen. Also da nicht, aber offiziell am Teletext. Ja, am Teletext, wir haben den Rettungseinsatz um 18 Uhr abgeschlossen, dann haben wir aber abgeschlossen, mit dem wir die letzten Leute vom Berg runtergeholt haben, weil es sind ja noch Gäste auch in dem Gastronomiebetrieb gewesen und sind Mitarbeitende von dem Gastronomiebetrieb und die haben wir dann noch mit den Helis relativ rasch ins Tal bringen können, weil wir haben ja keine Talabfahrt und man muss auch dazusagen, auch wenn es eine Talabfahrt gegeben hat, in einem Waldbereich, bei so einem Wind runterfahren, ist es auch nicht gerade unbedingt empfehlenswert. Ja, ja. Okay, dann ist also alles gut gegangen, keine Verletzungen, relativ schnell geborgen und Seil ist auch in Ordnung. Korrekt, also wir sind Gott froh natürlich, dass wir keine Verletzungen haben, das ist uns das Wichtigste, der Fokus ist auch immer auf die erste Rettung von der Gäste gestanden und dann haben wir angefangen, uns um unsere Anlage und natürlich um den Waldbestand natürlich auch noch zu bemühen, zu schauen, was ist dort. Und über Gondel für Gondel gelehrt, oder? Wir haben das klassisch gemacht, unsere Mitarbeitenden und Rettungsmannschaften, die sind auf die Stützhoffe, sind am Seil entlang bis auf die Gondel, sind die Gondel eingestiegen und haben dann die Passagiere auf einem sicheren Boden abgeseilt. Nicht ungefährlich, oder? Auch für die Mitarbeiter natürlich. Jede Arbeit hat natürlich eine gewisse Gefährlichkeit und man muss einfach sagen, wir üben das jetzt das Jahr mit unseren Mitarbeitenden, auch mit anderen Einsatzkräften, dass man übergerüstet ist, wenn so etwas passiert, es passiert Gott sei Dank nicht sehr oft, aber wenn es passiert, dann muss man gerüstet sein und unsere Mitarbeitenden und die Rettungseinsatzkräfte, die haben sehr gut miteinander gearbeitet. Genau. Kann man sagen. Am 5. Januar ist das, wo man das hier aufnimmt und am Abend steht schon, darauf gibt es schon wieder Nachtschlitten, Nachts skifahren. Genau. Zwei Tage später. Und eben, da müssen Sie vielleicht schon mal schauen, was es hier alles ein bisschen holen gibt. Wir müssen vielleicht schon mal das ein bisschen anschauen, dass es eben ein Haufen, Haufen andere Sachen gibt, was man im Winter so alles erleben kann. Vielleicht wolltest du da mal ein bisschen durch das Krollen erzählen, da haben wir Nachtschlitten, Nachts skifahren. Da ist ja etwas Spezielles, oder? Ich meine, da gibt es nicht überall. Ja, also ich glaube, so speziell ja vor allem mit dem Ausblick, wo man hat, auf das ganze Riettal bis weit über dem Boden sehen kann man sagen, wo man da hertet. Wenn man offen schaut, glaube ich, sieht man das wunderbar, wie super beleuchtet die Biesten sind und welchen Blick man von dort oben geniessen kann. Ja, zu dem, dass wir natürlich auch noch einen Gastronomie-Partner haben, wo man Schlittelplausch oder Fondueplausch machen kann. Wir haben ja auch noch verhandelt, natürlich. Fondue, das gibt es. Ja, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Hast du das gesehen? Wir haben es auf jeden Fall auch schon getestet, weil wir müssen ja das Produkt, das wir anbieten, kennen. Das ist eine ganz spezielle Geschichte, wo man einen Fondue-Rucksack bei uns bestellen kann. Und wir errichten den. Ach so, oder? Zwangs? Ja, und in Bad Rats kann man ihn abholen und dann kann man sich ein plauschiges Plätzchen holen, irgendwo am Berg im Schnee und kann ein kleines Fondue machen. Alles dabei, als der Begleiterin. Ja, den bringt man natürlich selber mit, oder der Begleiter natürlich. Genau, aber es ist schon alles dabei. Alles dabei, ist wunderbar. Und die Schneesituation, muss ich auch sagen, ist jetzt natürlich wirklich hervorragend, gell? Ja, also so viel Schnee wie dieses Jahr haben wir schon viele Jahre nicht gehabt und wir haben auch sehr früh angefangen. Wir haben ja Mitte November schon Ski-Betriebe anbieten können und seit dem 9. Dezember sind wir im täglichen Betrieb und das ist wirklich herrlich. Ja, ja, natürlich eben. Der Reiterpark, das ist alles schon bekannt, Ski-Pass inklusive. Dann Pistenbully kann man mitfahren, gell? Da kriege ich immer dann viele Anrufe, weil ich auch mitfahren bin. Das ist Faszination pur, gell? Ja, ich glaube, das ist ein Kindheitstraum von jedem Mann, einmal in so einem schweren Grät zum Sitzen, wo so viel Kraft hat und schauen, wie man eine perfekte Piste macht, die man dann am nächsten Morgen selber wieder nutzen kann. Ja, vor allem, wenn man um 9 Uhr nicht aussteigt, wenn die anderen zu Nacht essen können und sie fahren bis um 2 Uhr weiter, gell? So ist es, ja. Genau. Ja, genau. Und ganz, ganz etwas Heisses, also gut, Thermen und so weiter, Mittagssitz, das kennt ihr, alles Wildschutzzone, aber das ist ganz etwas Heisses. Kuhna, wo ist denn die ja? Ja, die Saunagondel. Ja, da haben wir halt eine Idee gehabt, oder? Wir haben gesehen, wir gehören zum Kuhort Bad Ragaz, das ist ein Weltkuhort, wir haben die Therme mit Saunalandschaft. Und eigentlich können wir doch so eine Wellnessgeschichte an, wie so einen Berg machen. Wir haben dann das Wellnessdörfchen entwickelt, das sind so Alperkörbe, das sind Strandkörbe aus Altholz, kann man sagen. Das sind ein Hotpot, wo man nutzen kann, wo man sich im warmen Wasser vergnügen kann. Und dann eben die Saunagondel, wir haben die alte Rettungsgondel von der alten Bahn genommen, haben sie ausgebaut mit wunderbarem Holz, mit einem wahnsinnig guten Geschmack, den wir haben. Und die kann man einheizen und dann kann man das geniessen. Und dann geht es in den Schnee aus? Dann geht man in den Schnee oder in den Hotpot und es einfach geniessen. Warst du auch schon? Ich war mit, ich bin selber kein Saunierer, aber ich habe natürlich gerne zugeschaut, wie andere da reinsteigen und das geniessen. Ich glaube, wir müssen mal miteinander rein, das müssen wir aber irgendwie mal machen. Wenn du mitgehst, dann schauen wir es an. Dann müssen wir es machen. Kinderteal am Sonntag? Ja, was ist da neu in der Saison? Die Skischule öffnet das Kinderland auch am Sonntag. Also dann, wenn es kein Skikurs ist, kann man aber das Förderband nutzen. Alles bei dir oben, gell? Auf Bad Diel oben zwischen 10 und 15 Uhr ist ein Skilehrer da, der das betreut. Und da können die Familien die ersten Gänge im Schnee machen mit den Kindern. Schlitteltag natürlich, Nachtschlitteln, das haben wir alles schon gesagt. Also es ist wirklich hervorragend. Dann habt ihr doch auch noch eine Auszeichnung übergekommen, gell? Ja, im letzten Herbst haben wir in Innsbruck vier Auszeichnungen abholen können. Ist das, wie du Vorarlberger bist? Nein, gerne nicht. Keine Bestechung? Nein, gerne nicht. Mit der Tirol haben wir nichts zu tun. Also? Wir Vorarlberger. Nein, es wird immer wieder Skigebiet überprüft und wir haben dort überzeugen können mit Freundlichkeit durch unsere Mitarbeitenden, was uns sehr freut, weil unsere Bemühungen dort enorm sind. In den letzten Jahren, wo wir gesehen haben, hey, unsere USP sind unsere Mitarbeitende, ist die Freundlichkeit, ist der Service, den wir bieten können. Und da sind wir ausgezeichnet worden. Da sind wir gerne mit unseren Mitarbeitern, mit dem ganzen Bus auf Innsbruck gefahren und haben uns das abgeholt. Wir sind auszeichnet worden für spezielle Kinderangebote und was uns auch ganz, ganz freut, ist der Erlebnisberg Pizzol. Also diese Vielfalt an Erlebnissen, wo wir im Sommer vor allem bieten, haben wir dort ausgezeichnet bekommen und alles noch. Und das ist ein einmaliger Preis für die Naturschönheit, die wir da haben. Und so, wie wir unsere Angebote in die Natur eingebettet haben. Und ich sehe auch, die Natur ist unsere Bühne. Und ich glaube, wer die Angebote am Berg genüsst, der sieht das auch. Die Witzsicht, die wir haben, die ganze Natur, die wir mit einbinden in unseren Angeboten. Ich glaube, das ist die Begeisterung pur, die da spricht. Und natürlich auch Alternativ-Ski-Fahrer. Wenn du aufgehst, Spitzolhüter, Obedürf, der Kasegerie. Also oben durch. Und gut, jetzt ist vielleicht die Lawine gefährlich. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht, vermute ich. Ja, also es geht jetzt natürlich Schneeschuhlaufen, es geht Svintenwandern. Weisst du, wir haben jetzt Tourerfahrer dort. Ja, Tourerfahrer ist natürlich auch ab der Pizzolhüter Richtung Pizzolgipfel ganz etwas Spezielles. Aber kann man nicht. Aber momentan muss man natürlich schauen, es ist die Lawinengefahr. Und da muss jeder natürlich darauf schauen, ab Lawinenwarnstufe 3 muss man vorsichtig, wahnsinnig vorsichtig sein. Und momentan mit 4 bis 5 kann man natürlich nicht gehen. Das hat sich auch unglaublich viel zu tun gehabt mit den Pisten. Auch in deinen neuen Jahren, glaube ich. Also die breiten Pisten wirklich super präpariert. Das hat sich einiges alle entwickelt. Ja, ich glaube, wir haben viel Wert auf unsere Pistenangebote insgesamt gelegt. Wir haben geschaut, wo können wir Pisten anlegen, wo können wir verbreitern, wo können wir die Qualität verbessern. Und da setzen wir auch sehr viel ein und unsere Mitarbeitenden sind da wirklich tiptop dran, um das jeden Morgen wieder perfekt herzubringen. Und was wir ganz neu haben, ist auch die Farnsloop, Messer C-Lift. Das ist mit Wellenbahn und Steilkurven und mit Erlebnis-Elementen, die wir gebraucht haben. Und da muss man durchfahren. Ganz am Anfang ist ein Männchen, da kann man abklatschen. Und das jodelt dann. Wo startest du? Ja, Messer C-Lift. Ach so. Ja. Und dann abklatschen und dann... Dann gibt es da einen jodelt, der so leuchtet. Auch wenn ich mit meinen Kenntnissen... Ja, ja, ganz ohne Probleme. Das habe ich gesagt, das ist der Schwamm. Nein, das ist Padiel, Thomas. Ja, aber ich denke, es ist Padiel, das ist extrem breit. Ja, wir versuchen natürlich, das auszunutzen. Und da hilft uns jetzt natürlich auch die Beschneiung, die wir neu gemacht haben, auch jetzt erwittert haben. Letzten Sommer haben wir nochmal einen Kilometer Piste dazu gebracht, wo wir beschneien können. Und es gibt eine gute Grundlage und dann hebt halt der Naturschnee gleich besser. Ja. Jetzt können wir sehr breit auch Piste. Schwamm natürlich auch, gell? Wirklich ideal, gell? Wenn wir es hergebracht haben. Das zeigt sich jetzt auch bei Windverhältnissen natürlich. Das zeigt sich jetzt auch, oder? Und vor allem, wenn wir jetzt im Laufböden Wind haben und abstellen müssen, dann haben wir als Alternative den Schwamm auf der Bad Ragazza-Site. Das entlastet sehr und ist ein super Angebot, weil es eine ganz tolle Piste ist, die sich ja mit der höheren Bergstation nochmal verlängert hat. Jetzt mit der Beschneiung nochmal verbessert hat, weil wir dort in die Falllinie runtergehen können. Genau. Also, super. Und dann alle gesagt haben, jetzt geht die Toren, jetzt haben sie Probleme. Es gibt zwei Zubringer natürlich mit den Finanzen und jetzt machen sie noch die Beschneiung. Aber ohne Beschneiung wäre es wirklich nur eine halbe Sache gewesen, oder? So ist es. Also es ist ja schon im Konzept Pizol 2010 eigentlich enthalten gewesen, dass wir die nächsten Schritte einfach beschneiden müssen. Und man muss einfach sagen, ohne Schnee kann man nicht Skifahren. Und die Grundlage muss man heute schaffen und sicherstellen, dass man an Wien echt einfach ein Ski-Angebot hat. So sieht es aus, das ist schon hervorragend, diese Aussicht. Und man sieht wirklich bis am Badensee und weit, weit in Bündner Berge. Du siehst es sicher fast zu dir, oder nicht? Ja, fast. Aber nur fast? Ja, wenn da nicht drei Schwestern dazwischensteht. Drei Schwestern dahinter, ja. Aber so Karren, Dornbienenzonen, das ist natürlich kein Problem. Das siehst du natürlich locker, oder? Ja, aber nur am Rand. Ja, aber am Rand, ja. Aber man muss immer sagen, wenn ich am Pizol bin, bin ich am Pizol und dann kümmere ich mich um die Pizol und nicht um... Aber Robert Schneider schläfers Bruder, gell? Dort auf dem E-Schacht, dort hoch, dort sieht man. Eben, auf jeden Fall weit, weit weg sieht man. Eben natürlich, also das, 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 eben... Ja, also, liebe Leute, also, wenn so, einmal im Schnee drin liegt, oder so etwas, das ist natürlich phänomenal. Auch wenn ihr Gleitschirmler seid, dann können auch Gleitschirme, natürlich, dort hoch, gell? Und dann könnt ihr natürlich die Boots mieten, zum Laufen, also den Höhenweg. Dann könnt ihr natürlich auch Schneeschuhen laufen, oder? Gibt es ja gerade mal Mondscheinwanderungen, gell? Airboarden. Airboarden. Oh, das ist eine heisse Sache, genau. Also, eine Luftküsse-Dings nehmen. Und probiert einfach mal, aber nicht weiter sagen, den Moulis, im Badiel, auf dem Sportjob, zu überreden, dass er auch mitkommt. Dann ist er zwei-, dreimal überredet, aber ich glaube, er tut lieber seine Airboard ausmieten. Vielleicht, wie taue ich und er mit, würde mich freuen. Genau. Bist du auch schon mal gesehen, jetzt mal ehrlich? Ja, ganz am Anfang haben wir das natürlich ausgetestet, geht es bei uns, und wir haben da wirklich eine super Strecke dort runter. Sie geht natürlich nicht all, weil sie muss einfach gut präpariert sein, und wenn sie präpariert ist, ist sie perfekt. Ein richter strender Pfarrer, glaube ich, kommt dann auch mal, mit einer ganzen Gruppe und so weiter. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, einen besten G-Schuh anzuhören, der geht am besten zum Lenken. Also, ich habe die besten Erfahrungen gemacht, beim Airboarden mit den Skischuhen. Kannst du den Kopf vergessen, gut einhängen, dann hebst du dich vorne, kann dir nichts passieren. Das ist wirklich eine super Piste. Ja, und eben natürlich auch, du fährst Schnee fahren, gell? Kann man natürlich auch. Also, das Freeriden ist natürlich herrlich bei Neuschnee. Man muss immer natürlich die Lawinengefahr, muss man immer beobachten und genau anschauen, und da darf man kein Risiko eingehen. Wir haben heute auch wieder ganz fest gesprengt, und es ist eine ordentliche Ladung runtergekommen, um das Skigebiet zum Sicheren. Deshalb haben wir heute Morgen... auch bei der Alp Gaffee nach dem Sprengen, oder? Ja, es hat da auf jeden Fall ordentliche Wolken gegeben, deswegen haben wir heute Morgen zum Beispiel auch das Gebiet etwas später oberhalb erst aufgemacht, bis man die Sicherungsmassnahmen gemacht hat. Genau, das habe ich gesehen, bei der Sessel, ja, genau, das habe ich vermutet. Wir sind da nur bei der Alp Gaffee gefahren, gell, dort, ja. Genau. Ja, das ist übrigens immer alles, das kann man immer alles nachschauen, natürlich. Weisst du, ich war einmal nicht mehr so ein Ski-Weltmeister, weil ich einen Unfall hatte, bin ich mal unterwegs, in Pizzol, weiß nicht mehr, aber ich war ein Österreicher, hat er dann gemerkt, dass ich da ein bisschen Probleme habe, hat er mir seine breite Latte gegeben. Okay. Ja, und das geht perfekt, gell? Ja, ja, wenn du richtig paudern kannst, bei uns, ne? Ja, das kann man natürlich nicht mehr fahren, ne? V.a. auf der Ragazenseite haben wir dann natürlich auch ein super Freeride gelendet, zwischen den Pisten und denen. Ja, ja. Ja, also, dann ist alles gut gegangen, gell, muss man sagen. Pizzol ist natürlich voll wieder zum Befahren. Nicht gar alle Pisten sind offen, gell, also ganz aber schlittlich hast du natürlich nicht. Der Talabfahrt ist nicht offen. Der Talabfahrt ist nicht offen, aber sonst, glaube ich, wenn man heute so geschaut hat, ist tatsächlich alles offen, ne? Genau. Ja. Du, dein grösster Wunsch, nachdem wir, oh, ein fünfter Januar, ich muss dir gleich auch noch ein gutes Neues wünschen. Ja, als gute Glück und Gesundheit. Genau, genau. Und was ist das so dein grösster Wunsch? Nebst dem, dass natürlich sicher deiner Familie möchtest du vielleicht ein bisschen mehr zu Hause wärst. Ja, Kinder hätten es natürlich, hätten es gerne, wenn wir hin und wieder öfter zu Hause wären und gute Nachtgeschichte zum Verzählen. Aber der grösste Wunsch, der neben der privaten Wünsche, der man so hört, ist natürlich, dass man das Unternehmen weiterbringt und den wunderschönen Pizzol für unsere Region haltend. Und dass das strukturelle Defizit von Kantonen und von diesen sechs Gemeinden hoffentlich dann auch getragen wird. Das ist ja wirklich, wenn man das jetzt anschaut, oder die Fernsicht. Also, wie man das sieht, da muss man schon eigentlich, es ist eine regionale Angelegenheit, hat der Markus Oppliger gesagt. Es ist eine regionale Angelegenheit und man hat sich vor zehn Jahren für die zwei Zubringer entschieden. Und damals hat man eigentlich fixiert, dass die Struktur so ist, wie sie heute steht. Und das belastet unser Ergebnis, weil zwei Zubringer auf dem Pizzol bringen auch dementsprechend Kosten mit. Und etwas muss ich ja sagen, ihr fahrt her, ihr habt immer einen Parkplatz, vielleicht nicht direkt neben den Zubringern, aber ihr habt sicher einen super Shuttle-Service. Ihr müsst nicht lange anfahren und dann seid ihr schnell und ganz nah in einem super Skigebiet. Also, bis so gerufen.